Niklas spielst du bei mir wieder Minecraft auf Gomme? Alter, Niklas, ich wollte Niklas auf Instagram antworten und bin aus Versehen auf dem Chat von irgendeinem anderen Niklas gegangen, weil ich Niklas antworten wollte. Geh so drauf und dann steht da nur so, Mann, wann spielst du mal wieder Minecraft auf Gomme? Warst du auf Gomme online? Mach mal wieder Minecraft machen. Wann kommt wieder Minecraft? Und ich war so, äh, und dann steht da ja, dass es gelesen ist, dann musste ich ja antworten und war so, ja, ähm, momentan eher weniger Minecraft, vielleicht mal wieder. Ja.